Okay, und da sind wir wieder zu Sonic P06, diesmal mit Shadows-Leveln. Ich bin sehr gespannt, weil Shadow tatsächlich einige Änderungen bekommen hat, um ihn ein bisschen eigenständiger zu machen. Er ist jetzt mehr auf den Kampf konzentriert. Was er zum Beispiel jetzt kann, ich kann hier Chaos-Sphere machen und danach wieder in eine Homing-Attack gehen. Das heißt, man kann damit ein bisschen chainen. Und der Trick bei ihm ist so ein bisschen, also ich glaube, es ist bei ihm so, dass er weniger Zeitboni kriegt für die Punkteberechnung am Ende. Und es bei ihm wichtiger ist, dass er bei den Kämpfen möglichst viel macht, ohne den Boden zu berühren. Das heißt, man muss dann bei den einzelnen Begegnungen dann möglichst seine Moves so planen, dass man halt alle Gegner in einer Tour besiegt. Und seine ganzen Chaos-Fähigkeiten wurden natürlich auch gebufft. Au. Das ist natürlich ungünstig, wenn die Homing-Attack noch nicht wieder aufgeladen ist. Okay, man kann es nicht unbegrenzt spammen, aber ich habe noch nicht so ganz raus, wie die Regeln da funktionieren. So, und sein Chaos-Sphere, genau, wenn man ihn auflädt, macht er sogar direkt mehrere Projektile. Kann man jetzt immer noch unbegrenzt schweben damit? Ja, kann man. Okay. Genau, der Schalter ist nämlich, genau, der Schalter ist hier drüben. Und er kann jetzt auch den Spandash, das konnte er im Original tatsächlich auch noch nicht, beziehungsweise er konnte es halt, ne, er konnte es halt nicht. Das hat er einfach vergessen, dass er sich zusammenrollen kann. Hä? Okay, wieso konnte ich denn jetzt voll leveln? Okay. Das Ding ist, ich wechsle jetzt eh erstmal auf Rouge, das heißt, das bringt jetzt nicht so viel, das jetzt hier zu demonstrieren. So, wir können jetzt mit Rouge in den Gegner reinfliegen. Na, sie kann das, das konnte sie, glaube ich, vorher nicht. Ich glaube, sie kann ihre Bomben. Na, stimmt, sie muss immer noch stehen bleiben, um ihre Bomben zu werfen, das ist ein bisschen nervig. Ah, muss, ach, ich muss, muss ich, muss ich, ne, muss ich nicht. Ich wollte schon sagen, hier. Ha, ha, ha. Dr. Eggman is no master to me. Shadow, why you? It's a request for the president. I didn't know that you were the agent who failed to infiltrate the location. Come on, don't underestimate Rouge the Bat. I got insuccessful and got the treasure too. I was only a little slow. Die Cutscene ist auch neu. Also das passiert, also ich glaube, der Dialog ist nicht vollständig im Originalspiel drin. Und er passiert halt ganz normal im Gameplay. Ja, Raketen sind überbewertet. Aber ich glaube, das Level ist noch nicht so gut geeignet, um die Chaos-Fähigkeiten zu demonstrieren. So, mal gucken, ob man eins findet, was ein bisschen kampflastiger ist. Äh, das ist ungünstig. Moment, das hätte ich nicht machen dürfen. Ja, komm schon, geh aus. Wieso geht das nicht aus? Kann ich den Schalter... Nee, ich kann den Schalter nicht von hier aus... Aktivieren nicht brauchen. Ringe. So. Den nehme ich auch noch. Aber ich glaube, der Buggy fehlt. Generell wurde die Fahrzeuge, die optional waren, vorher ein bisschen runtergefahren. Also auch am Anfang von Crisis City. Okay, jetzt habe ich den Alarm ausgelöst. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich schlecht ist, weil man dadurch mehr Gegner zum Bekämpfen hat, die einem natürlich wieder Punkte geben. Ist hier... Okay, hier ist kein Ding. In Sonics Level gab es da ein Trampolin. So, das ist ein Bounce Pad. Ach, hier ist der Buggy. Komm, den will ich jetzt ausprobieren. Ich will wissen, ob der jetzt besser ist. Also ist er ziemlich sicher, aber... Okay, das Ding ist jetzt zielsuchend. Rouge ist jetzt auf dem Beifahrersitz. Ich glaube, das ist auch neu. Wow. Ja, das hier ist kein Rennspiel. Hi, D.A. Austria, willkommen zum Stream. Ja, wir machen ohne den Buggy weiter, bei aller Liebe. Okay, der aufgeladene Chaos-Bier macht sogar schon ein bisschen Damage. Au. So, jetzt fehlt uns ja nur noch das eine Licht und dann haben wir es schon. Huh, wow. Das wäre lame gewesen, auf die Weise zu sterben. Da war der Buggy doch so eine Art in Brau-Erfahrung. Das klingt, als hättest du Sonic 06 im Original gespielt. Ja, stimmt, hier gibt es keinen Gold Ring in der Mission. Ein Bonus 3600, das ist aber auch ein bisschen schwach. Perfekt. So, das nächste ist ja direkt schon Kingdom Valley dann. Man kann tatsächlich argumentieren, habe ich vorhin noch was zu gelesen. Es stimmt schon irgendwie, dass Sonic 06 eigentlich schon fast Shadows-Spiel war. Weil er eigentlich mit die interessanteste Story kriegt und auch mit einige der besten Level. Ähm, ja, gibt es hier aber auch irgendwas für mich zu tun? Das da oben sieht aus, als sollten wir da lang und dann ist es auch schon vorbei. Ja, das ist immer noch ein bisschen lame. Aber zumindest hier die Fahrzeugsektion ist jetzt wesentlich angenehmer. Weil wir hier ein Luftkissen-Fahrzeug steuern müssen. Was hier auch voll Sinn macht. Woher hier? Ne, das ist auch gar nicht. Erstmal ist noch Rusch dran. Jetzt, genau, hier müssen wir die Schlüssel finden. Es gibt jetzt wieder das Radar, wie in Sonic Adventure 1 und 2. Okay, irgendwo hier in der Nähe. Es funktioniert sogar wie in Sonic Adventure 1, dass man mehrere Ziele verfolgen kann. Das war ja in Sonic Adventure 2 so genervt. Weil immer nur der nächste Splitter gezeigt wurde. Und die Orte, wo die Schlüssel versteckt sind, sind tatsächlich wohl auch zufällig. Also auch wie in Sonic Adventure. Ähm. Okay, aber es ist nicht das Ding. Wir sind ganz in der Nähe. Wir bleiben nicht mehr überall hängen. Da sind Laser. Wo ist denn hier der Schlüssel? Verdammt. What? Wir sind ganz in der... Warte, da. Hallo. Also es ist schon mal wesentlich cooler, als blind suchen zu müssen. Okay, hier ist aber auch keiner. Okay, Bombenwerfen geht auf jeden Fall auch wesentlich schneller. Okay, wo... ...ist das Ding? Hier? Hier! Hallo. Hallo. Stolper ist etwa nicht gerne mit verbundenen Augen- und Taststoff durch die Gegend. Nee! Ist nicht so mein Ding. Hallo? Ich glaube, wir wechseln direkt zu Shadow, wenn wir den Schlüssel haben. Okay, Kamera ist immer noch ein bisschen weird. So, und jetzt kommt das Luftkissen-Fahrzeug. Was hier nicht mehr komplett kaputt ist. Okay, das hätte ich mir natürlich denken können, dass das nicht gut ist. Ja, wir müssen nochmal von vorne... Wir müssen nochmal von vorne anfangen, weil die ganzen Punkte brauche ich. So, hier mal möglichst vier Punkte abfahren. Das Ding ist, wir brauchen den S-Rang am Ende so oder so. Das will ja auch, äh, un-inhibited-Mode demonstrieren. So, das hier ist auf jeden Fall eine mögliche Location. Da unten war vorhin der Schlüssel, aber der ist jetzt nicht mehr hier. Aber wir sind trotzdem ganz in der Nähe. Wo kommen wir denn hier rein? Wir hatten... Hier kämen wir normalerweise mit Silber rein. Hallo? Ähm, doch, man kann... Ich wollte schon sagen, ich dachte für den Moment, man kann nicht mehr Bomben an der Wand benutzen. Ach, und wir können treten. Das ist auch gut zu wissen. Au! Was war das denn? Ist Shadow hier? Nein, Shadow ist natürlich nicht hier. Das wäre ja visuelle Konsistenz, wenn Shadow hier wäre. Okay, krass. Die... Ruß... Rußdritte sind tatsächlich ziemlich schwach. Also wenn sie nicht mal diese Billo-Gegner wegkriegen. Aber den kriegt sie weg. Das ist echt weird. Hier oben? Nein, aber ganz in der Nähe. Ach du Scheiße, wir können... Wir kamen sogar in einen Sniper-Modus. Aber wo ist denn jetzt hier der Schlüssel? Verdammt. Das wirkt, als wäre der Schlüssel da drunter. Aber ich kriege halt keinen guten Blick. Na gut, das habe ich jetzt verkackt. Aber dafür ist hier noch ein Schlüssel. So, und der letzte ist da drüben. Aber wo? Hä? Alter, hoch geht's auch nicht. Doch, aber... Da oben ist nichts und wir kommen damit auch weiter weg von dem Schlüssel. In der Kiste. Fies. Ich habe extra vorhin die Kisten kaputt gemacht. Weil ich dachte, vielleicht ist er da drin. Oder wird er unterborgen. Jetzt war er echt da drin. So, nicht wieder verrecken, wenn es geht. So, wir zerstören zuerst die Türme. In der Hoffnung, dass wir dann... Dass wir danach nicht dadurch drauf gehen. Okay, die Brücke. Da müssen wir aufpassen. Okay, das gab... Das gab voll die Punkte. Hä? Fahr ich nicht von hier? Nee. Aber hier kann ich... Gibt es hier was zu sehen? Ich meine, es gibt einen One-Up. Das ist nett. Was? Warte. Hä? Sterbe ich, wenn ich da reingehe? Weil das ist knietiefes Wasser. Aber wie wir wissen, ist knietiefes Wasser absolut tödlich für Sonic. Wo bringt uns der Adler hin? Das ist auch neu. Nein! Och, komm schon! Ey, das ist doch kacke! Wieso hat er das denn jetzt... Warum hat das denn jetzt nicht... Äh, gab es ja jetzt da keinen Lock-On? So, Speedrun-Modus. Ich will das Level nicht nochmal machen müssen. Das heißt, wir brauchen den S-Rang. Wow. Okay, das war... Sehr weird. Ow. Hier ist gar kein Sch... Gar kein Schüssel. Was mache ich denn? Hier drin? Was machen wir? Ich dachte, ich laufe dran vorbei, aber es funktionierte auch nicht. Der Schlüssel ist hier irgendwo. Beide sind hier irgendwo. Nochmal zwei. So, wo ist Nummer drei? Das Spiel ist immer noch ziemlich wählerisch, wo ich klettern darf und wo nicht. Es ist irgendwo hier. Da, ich sehe ihn. Da versteckt er sich. Okay, let's get going. So ein paar Kugeln bringen einfach den kompletten Turm zum Einsturz. So, ich weiß nicht, was da unten ist. Ah, okay. Wir sollen dadurch rein und dann irgendwie da absteigen. Ganz weird. Das wäre ein guter Ort, um ein Secret zu verstecken. Aber Shadow hat sowas nicht. Wo bin ich denn vorhin hochgegangen, um zum Dinges... Ach genau, doch, ich musste hier hin. Ah, okay. Ich verstehe, wie man das machen sollte. Man soll da rein, einmal rum und dann da zum Bounce Pad. Das ergibt Sinn. Es bedarf nur der richtigen Kombination von entsprechender Baukunst und Munition. Wie war das? Jet-Fuel-Can't-Melt-Steel-Beams? We're getting close to the Extraction-Point. I think I can knock dead structure now. So. Wow, ich hätte vorhin auch noch einfach mit dem Chaos-Spear einfach den Horming-Attack resetten können. Habe ich natürlich nicht gemacht. Genau, wenn man im Chaos-Modus ist, dann teleportiert man sich sogar statt der Horming-Attack. Das ist auch ziemlich cool. Und jetzt können wir Chaos-Blast nutzen, was jetzt tatsächlich sogar ein bisschen was bringt. Radical. Ja, das würde ich behaupten, ist perfekt für die Zeiten, wenn man viele Gegner hat. Zum Beispiel hier. Und dann muss man verwundern anscheinend während der Animation. Aber das wird kein S-Rang, glaube ich. Wenn die Ringe reißen, ist... Das wird nicht reichen. Selbst mit den... Wenn ich jetzt die ganzen Ringe noch behalte. So, zum Glück war ich jetzt nicht in Uninhibited-Mode, weil sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt gestorben. Weil wenn Uninhibited-Mode abläuft, dann ist man sofort für ein paar Sekunden gestunnt. Dann ist auch egal, wo du bist oder was du tust. So, Ringe mitnehmen. Das ist unsere einzige Chance. Aber die Kamera kommt nicht damit klar, glaube ich. Nein! Fick dich, Spiel! Kann ich mich irgendwie... Fick dich, Spiel. Fick dich! Das war jetzt mega unnötig. Ich will doch auch mal die anderen Level noch sehen. Ich bin jetzt voll in den Berg geflogen, aber egal. Ja, das Segment am Anfang ist noch ein bisschen unnötig. Aber ich werde langsam vertraut haben mit den Chaos-Fähigkeiten. Das können wir vielleicht noch nutzen. Und das dritte Segment können wir auch gleich speedrunnen. Ich meine, so langsam kenne ich auch das hier auswendig. Wehe, ich habe gleich keinen S-Rang. Wenn ich gleich keinen S-Rang habe, dann tilte ich. Warte, ich habe gerade... Ich wollte schon sagen, da unten. Ha! Ich habe es gesehen, bevor das Radar aktiviert wurde. Daraufhin muss die Kamera erstmal einen epileptischen Anfall kriegen. Hier, ja, hier. Wie groß ist die Reichweite von diesen Bomben? Ach, noch beide sind in Reichweite. Oh, ich dachte schon, das Ding geht nicht aus. So. Du. Und der andere ist auch hier. Hier? Ja, hier. Speedrun-Modus. Hi, Creative Element. Willkommen zum Stream. Du hast nicht viel verpasst, da wir gerade zum vierten Mal in diesem Level sind. Irgendwie sterbe ich immer an völlig unnötiger Scheiße. Und ich möchte gerne direkt den S-Rang haben. Aber ich würde sagen, wir machen es gleich mal so, wie ich meinte, wie es wahrscheinlich gedacht ist, wie man es machen soll. Boah, Hilfe. Ich sehe durch die Kamera aber leider auch echt oft nicht, wo die, ähm, wo die Türme sind und wie sie fallen. Das ist tückisch. Täglich grüßt Kingdom Valley. Aber sowas von. So, ich nehme an, so soll man es machen. Macht vom Level-Design her auch Sinn, weil dem Spieler vielleicht nicht klar ist, dass er überall, äh, unter, also ich kann ja auch an den anderen Stellen theoretisch das, äh, Luftkissenfahrzeug stehen lassen. Und kann ja drauf stehen bleiben. Also es hat ja Kollision. Aber wenn einem das nicht klar ist, denkt man wahrscheinlich, man fällt da durch oder Shadow springt daneben. Ich denke, ich kann das nicht klar sein. Untertitelung des ZDF, 2020 die halten echt viel außer selbst shadow macht kaum damage gegen die ich bin gerade im chaos mode du kannst ja ich habe nicht teilgenommen aber ich weiß was du meinst das war großartig was macht er denn da oben wie komme ich zu ihm ja und hier verliere ich wieder den chaos modus war hilfe das wäre eine uncoolige art gewesen alle ringe zu verlieren so hier sind wir vorhin verreckt alter stil das kannst du nicht tun wir gehen jetzt nicht auf risiko da hätte man wahrscheinlich jetzt abkürzen können aber ich glaube das bringt jetzt auch nichts mehr ich habe no idea about the powers i process das ist kein s-rang nie und immer doch okay das ist lockern s-rang okay sechs minuten sind anscheinend eine halbwegs normale zeit für dieses level und ich finde gut mit der mit der mit dem rouge segment müssen sie ja eigentlich mehr zeit einplanen weil es ja random ist aber gut ich glaube es war im original ja nicht random aber vielleicht haben sie trotzdem dafür geplant weil es vielleicht mal dafür so gedacht war dass es random sein sollte so hier ist normalerweise ein buggy den haben den hat chaos extra ausgenommen ich bin mir sehr interessiert wo man das immer wieder spielen kann mit ein paar anpassungen wird der zeit die meinten zeitraffer da du ja ein toller und großer streamer bist also siedler pixel art auf a slash place wäre auch mega gewesen ich kann mir vorstellen dass man dort vielleicht mal etwas bewerben könnte das beste aber mit das beste an a slash place waren ja sowieso wo ich muss dann geschrieben haben spricht deutsch du wohnen sohn und die sendung mit der maus in der deutschland flagge das auch süß generell also haas der space war zum teil halt auf der einen seite halt irgendwie haben sie halt wirklich war ja nichts heilig aber auf der anderen seite war es dann doch schon zum teil recht haulsam okay gerettet sehr gut die kanada flagge ich ja die dieses scheiß armblatt nicht hingekriegt haben okay da ist ein äh ich glaube das füllt meine chaos leiste komplett auf was als shadow aber ob ich nur was bringt wenn man schon im modus ist wenn man dann direkt upgraden kann ich brauche mehr ringe ich brauche mehr ringe okay das spiel gibt mir direkt die ringe die ich haben will crisis city theme ist aber auch einfach so gut und die classic äh version aus sonic generations war auch cool aber hier teilt sich shadow doch ziemlich viel von sonics level okay ich glaube hier kann ich meine ringe nicht verlieren solange ich nicht sterbe wow das ding ist ich glaube was shadows level hier haben ist dass man die kill planes sehen kann damit man nicht versehentlich rein fliegt ich hoffe das stimmt also ich weiß es mindestens eine gibt die sichtbar ist wobei es sein kann dass sie die ex das die praktisch mehr oder weniger extra für speedrunner visualisiert wurde auch auch dass das Moment, das gibt Punkte. Ich bin mal gespannt, ob Reddit dieses Jahr R-Plays nochmal macht. Oder sich wieder halt ein komplett neues Event ausdenkt. Ich sehe aber den Winkel nicht, in dem die Sachen fliegen. Und zum Glück war ich jetzt auf der mittleren Spur, weil sonst wäre das uncool gewesen. Pixel Space, auf der Seite gibt es auch keinen Potenzial. Da hat es einen ziemlich großen Trans-Flaggenanteil. Würde es schon irgendwie feiern, wenn es jedes Jahr kommt. Ja, aber ich hoffe, wenn es jedes Jahr kommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen an Besonderheit verliert. Also ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich auch wiederholt. Ich meine, klar, ein paar Memes kommen dazu oder ändern sich. Aber ich glaube, du wirst in großer Linie doch immer die gleichen Fraktionen vertreten haben. Du wirst die Leute haben, die die Länderflagge machen. Du wirst diverse Fan-Communities drin haben. Dann hast du zeitweise mal Streamer, die aber auch nicht wirklich Bestand haben. Ähm, hallo? Okay, damit konnte ich... Also man kann offenbar nicht unbegrenzt die Homing-Attack mit Chaos Spear resetten. Meine A-Slash-The-Button habe ich nicht aktiv mitbekommen. Aber kam meine ich eigentlich auch gut an. Nein, nicht mein 100 Ringe. Ach, Spiel. Das kannst du mir doch nicht antun. Tschüss, S-Rang. Direkt vorm... Direkt vorm Ziel ging auch noch. Haut hin. Es haut hin. Ja, wir haben trotzdem noch S-Rang bekommen. Das war jetzt aber knapp. Ich habe auch noch an keinem einzigen Reddit-Event selber teilgenommen. Ich bin aber auch bei sowas... Auch... Ich habe den da irgendwie auch ein bisschen... Was heißt blind? Aber wenn über Sachen gesprochen wird... So Sachen wie Cyberpunk oder auch GTA... Und ich denke mir mal, es wird drüber gesprochen. Aber ist... Irgend... Und irgendwann ist es halt einfach draußen auf einmal. Immer wenn drüber gesprochen wird... Denke ich halt, es ist noch ewig hin. Und dann ist es aber mal draußen. Ich habe einfach nie einen Released-Atom im Kopf. Evil. Bau ein Zielobjekt. Das wird ein bisschen schwierig. Ich kann versuchen, für dich einen S-Rang zu kriegen. Aber das versuche ich eh schon. Kann man sich da viel mehr... Moment, nicht. Au. Ach ja, stimmt. Man fehlt ja nicht mehr alle Ränge. Okay, hier lohnt es sich. Au. Okay. Tschüss, Ringe. Also hier habe ich jetzt schon mal gute Punkte reingeholt. Aber das ging definitiv besser. Also hier habe ich jetzt mindestens zweimal verkackt. Jetzt muss sie da starten und eins bauen. Nein. Ich habe heute erst wieder festgestellt, dass ich im Moment doch ganz froh bin, ein bisschen von der Community weg zu sein. So schlimm. Ich sage mal so. Ich wurde heute gepinkt, weil es um Ubo ging. Und auch ein kleiner Änderungsvorschlag, den wo einige Leute sich wünschen. Wo ich auch sage, ich habe da nichts gegen. Wenn ihr das haben wollt, könnt ihr das haben. Ich bekam durch diesen Ping aber schon mal viel mehr Siedler-3-Drama mit, als ich... Also vor allem unnötiges Siedler-3-Drama mit, als ich wollte. Ähm. Ähm. Hallo? Warum kann ich keinen Chaos-Blast machen? Irgendwie lässt es mich gerade kein Chaos-Blast machen. Da war vorhin in der Animation drin. Und es ging nicht. Also wieder unnötiges Siedler-3-Drama. Und dann meinte jemand halt, äh, auf die Sache, die geändert werden sollte. Von wegen, er verstünde nicht, warum das wieder... Warum wieder alles vereinfacht werden müsste. Wo ich mir dann wieder dachte, ey. Das ist echt keine Riesensache, die sich da gewünscht wurde. So, da müssen wir jetzt keine Grundsatzdiskussion beginnen. Abgesehen davon, dass... Bei Ubo... Es ist am Ende meine Entscheidung. Ich meine, ja, es soll den Leuten gefallen, aber... Ich hab's nicht nötig, da jeden Scheiß für jeden Einzelnen zu rechtfertigen. Was wurde sich gewünscht? Ähm. Größerer, ähm, Arbeitsbereich für Steinmetze, dass man die nicht, ähm... Dass man die nicht ständig umsetzen muss. Und ich würde es halt auch für Holzfäller machen. Die, dass die halt im Prinzip den Arbeitsbereich von den Jägern haben, die in Ubo, dass die ein bisschen erhöht sind. So, ja, kann man argumentieren, dass dadurch so ein bisschen was wegfällt mit dem, äh... Nicht, damit man daran denken muss, dass man die gelegentlich umsetzt. Aber ganz ehrlich... Ja. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob da... Äh... Da dran denken zu müssen, im Großen und Ganzen dem Spiel so viel Positives an Spielspaß und Strategie und so hinzufügt. Das ist wirklich so ein Aspekt, wo ich hoffe, dass ich den auf Dauer nicht mitnehme. Ich kann jetzt einfach nur, wenn ich die umsetzen... Warum fange ich da eine Diskussion an? Hä? Wenn ich meine... Wenn ich meine Wanderthilfe weiter umsetzen muss, muss ich das so weiter hinmachen. Eben. Also, es ändert ja nur, dass wenn du dich gar nicht um deine Förster... Deine Wanderholzfäller und so kümmerst, dass die halt... Ein bisschen länger... Halt, äh... Arbeiten, bevor sie komplett aufhören. Aber effizient ist das weiterhin nicht. Also, die Laufwege werden ja trotzdem länger. Da wird sich schon wieder so künstlich aufgeregt. So gut, es war eine Person, aber trotzdem. Ich denke mir so... Unnötig. Und das war jetzt auch nicht irgendein Spieler, also derjenige, der es diesem Vorschlag halt weitergegeben hat, war unser amtierender Siedler-Weltmeister. Da kann ich ja einen Förster machen. Ja, es geht ja mehr um die Steinmetze. Also, Steinmetze ging es ursprünglich. Ich würde Holzfäller halt der Konsistenz halber mit reinnehmen. Aber halt, äh... Und ansonsten Holzfäller meine ich ja die Wanderholzfäller. Weil für den Förster... Wenn du einen Förster lebst, ist der Arbeitsbereich eh egal. Da kommt ja sogar eine Meldung vom Spiel, der hat gar nichts mehr gefunden. Im Grunde genommen muss man nicht mal dran denken. Ja, ich habe leider ein bisschen das Problem, dass ich die Meldungen irgendwann einfach nicht mehr wahrnehme. Das ist leider nicht so günstig, aber es ist leider so. Ich fände es zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn die Werkzeugschmiede in dem Moment, in dem so eine Meldung kommt, dass ein Werkzeug fehlt, die nächste Werkzeugschmiede den Auftrag bekäme. Oder irgendeine, wenn du mehrere hast. Also es muss ja nicht momentan die nächste sein. Weil ganz ehrlich, selbst dann wirst du immer noch bestraft, wenn du es nicht proaktiv produziert hast. Weil als der Werkzeugschmied erst in dem Moment, in dem festgestellt wird, dass ein Werkzeug fehlt, erst anfängt mit der Arbeit. Und dann ja auch immer noch der Siedler erst noch laufen muss, um sich das Werkzeug zu holen. Also ich fände das voll okay. Im Optimalfall willst du immer noch dich selber drum kümmern. Also ich fände das, dass ein Werkzeug zu holen. Okay, ja, wir haben einen S-Rang, solange uns jetzt nichts passiert. Und ich glaube, wir haben auch das Level jetzt so gut wie geschafft. Ja, ich höre den Zielring. Aber die Leiste-Produktion ist erstraft. Wäre nicht ein Generelles noch besser, gar kein Werkzeug besser für den Spielspaß. Wirb dich doch bei Ubisoft. Die nehmen dich bestimmt mit der Haltung. Ubisoft ist, also, das ist auch so ein Saftladen. Also auch was jetzt, was jetzt der CEO, dieser Brief, den er da rausgebracht hat, jetzt will die Gewerkschaft in Paris, ruft er jetzt zum Streik auf. Ich denke mir so, ja, ich habe kein Mitleid mit dem Typ, weil das ist echt ein Vollidiot. Ach ja, stimmt, hier muss man mit ihrem Zug angreifen. Hier gibt es auch irgendwie einen coolen Speed-One-Skip. Lieber neue Karten, das wäre ja nice. Meinst du jetzt für das neue Siedler, oder? Nein, das wäre ja irgendwie... Ganz ehrlich, was ich halt beim Ubisoft-CEO nicht verstehe, das ist ja keiner von den Typen, die die Firma halt für, keine Ahnung, fünf Jahre übernehmen und sie dann auf den kurzfristigen Gewinn ausrichten, damit sie selber hohe Bonuszahlungen kriegen und sich dann halt mit dem goldenen Handschlag halt verpissen, wenn die Firma am Boden ist. Weil, äh... Steve Jim Rau hat die Firma gegründet und auch seitdem zusammen mit seiner Familie immer geführt. So, also eigentlich würde man meinen, so jemand wäre ein bisschen mehr aufs langfristige aus. Aber gut, dafür hat sie ihn wahrscheinlich umgekehrt in den, äh, in... Hat sich umgekehrt in den Fuß geschossen, weil er anscheinend auch, äh, Leute aus Gefälligkeit eingestellt hat. Also, Freunde und so. Beziehungsweise dann halt auch, ne? Er schützt ja auch, äh... Die Täter bei der ganzen sexuellen Belästigung in seiner Firma. Also, von daher... Forderung nach, äh, vier Tage, Wochen, gleichzeitig Gehaltserhöhung ist schon etwas strange. Nö. Die Gehaltserhöhung, da ging es um, äh, vor allem um Inflationsausgleich. Und vier Tage Woche ist etwas, was viele Firmen, äh, äh, vor allem im IT-Bereich inzwischen machen. Und halt auch echt eine Gegenbewegung für den, gegen den ganzen Crunch, der halt sich in den letzten Jahren etabliert hat in vielen Studios. Und vor allem ist das halt auch ein Feld, wo eine Vier-Tage-Woche voll Sinn macht. Warte, hier brauche ich das Motorrad, ne? Ja, ich brauche das Motorrad. Muss man nicht nur, dass eine Vier-Tage-Woche in diesem Bereich üblich geworden ist. Sie etabliert sich. Ich weiß nicht, wie üblich sie inzwischen ist, aber gerade im IT-Bereich kannst du die Leute natürlich aussuchen. Vor allem, was auch einige Firmen nicht zu schnallen scheinen. Es gibt ja einige Studios, die halt ihre eigene Engine haben und verlangen, dass jedes Spiel diese Engine benutzt. Aber dann sind deine Leute halt auch nicht austauschbar. Wenn du Inhouse-Technologie hast, die sonst nirgendwo gibt, dann, äh, kannst du halt nicht ständig neue Leute anlernen. Okay, ich merke, der, ähm... Ja, okay, der Zug verlangsamt anscheinend. Echt jetzt? Okay. Das war jetzt einfach, weil ich das Bike nicht direkt geholt habe. Okay, ich bin jetzt wieder zweifel. Um. Ow. Ow. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ach, hier soll ich auch das Bike verwenden, krass. Boah, okay. Ey, das Bike ist hier halt kacke. Aber hier benötige ich es. Ach, das geht ja auch. Okay, ich habe gar nicht vorhin aufgepasst, als Shadow erklärt hat. Okay, das Bike hat aber auch ganz schön Damage jetzt genommen. Okay, weil das war jetzt auch ein schnelles Level. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeitbonus wir jetzt kriegen. Okay, ja. Easy S-Rang. Perfekt. Mal konnte Quace. Hier dürfen wir ein bisschen in Silver spielen. Das wird lustig. Okay, ich bin mal ganz schön. 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 Okay, 4000 Punkte einfach. Okay, jetzt verlichte ich meinen Chaos-Modus. Oh. 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 Wochenende streamen. Au. Okay, kämpfen ist ein bisschen sinnlos. Okay, kämpfen ist ein bisschen sinnlos. Okay, ja. Ich glaube, hier wird es auch easy, die Punkte zu kriegen. Okay, ich glaube, hier ist ein bisschen sinnlos. Okay, ich glaube, hier wird es auch hier. Okay. 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 Okay, die Punkte haben wir auch sicher. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wie das System funktioniert. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin richtig lange in der Luft und töte ziemlich viele Gegner und kriege dann irgendwie Triple. Und jetzt habe ich gerade einfach Perfect bekommen und ich verstehe nicht warum. Okay. 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 Ich bin gespannt, wann der Methelis Boss Fight hier spielbar wird, weil der war eigentlich auch schon ziemlich cool gemacht. Eine der wenigen Momente im Hauptspiel oder im Originalspiel, wo halt wirklich der Chaos-Botus auch eingesetzt wurde. Ach, stimmt. Stimmt, Shadow hat nur neun Stages. Wave Ocean! Wieso muss ich extra auf den Gleiter draufgehen? Also, das bringt nur was, wenn ich ne Wahl hätte. Wieso? 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 Hier, hier konnte man irgendwie vorbeifliegen Genau, hier ist die Killplane So, wie funktioniert Omegas Steuerung? Genau, okay Omega wurde auch komplett überarbeitet Da kann jetzt nicht mehr unbegrenzt fliegen Das war ja richtig Bastard, wenn man A gespammt hat im Originalspiel Da hat man ja fast gar keine Höhe verloren Okay, irgendwie gab es einen Geschützmodus Aber ich habe noch nicht ganz raus, wie das funktioniert Ah, das ist der Geschützmodus mit X Okay, das war jetzt Glück Warte Sonic 06, der Shooter für Arme Für die Kids, die noch keine richtigen Shooter spielen dürfen In Area Detected, das könnte auch ein Meme sein Anwendbar auf jedes beliebige MMO Ah, okay, der Angriff ist Shotgun, aber nur in der Luft Oh, okay 8.000 Punkte. Aber nur Austin, das war nicht perfekt. Okay, das ist jetzt mega praktisch. Perfekt. Yo, S-Rang haben wir sicher. Vorausgesetzt und passiert jetzt nichts. Okay, hier ist ja noch ein Buggy. Wo ist der Button? Wo ist der Schalter? Das sieht vielversprechend aus. Das sieht vielversprechend aus. Hi Maximus Gamins, willkommen zum Stream. So, und wo sollten wir jetzt hin? Wir haben den Switch gefunden und hier kamen wir wieder raus. Da oben sind noch Gegner. Aber wie komme ich da rauf? Okay, ich sehe es. Okay, wir gehen gucken. Oh. 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 Okay, nein. Hä? Wo muss ich hier hin? So, den hatten wir und dann sind wir hier raus. Hier rein? Ja, okay. Hä? Hätte ich nicht von Anfang an hier reingekonnt? Nein, Sie müssen gar nicht. Danke fürs Abo. Sehr nice. So, das hier ist easy S-Rang. Okay, das war jetzt dumm, weil das hätte unter Umständen mit dem roten Tuttle-Füßen wegreißen können. Okay. 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 Aber wie, okay, okay. Was wäre denn das, ein Leben ohne Risiko? So, wir zerstören jetzt einfach hier alle Stege. Passen auf, dass uns der Orca nicht erwischt. Ähm, ja. Ich möchte jetzt ungerne hier wegen irgendwas Dummen sterben. Hier ist der Gold Ring. Sehr gut. Weil 80.000 Punkte verlieren, das wäre traurig. Alter, 95.000 Punkte. Also, abgesehen von ein paar Stages ist es halt echt leicht, einen S-Song zu kriegen. Aber ich bin, gut, wir haben jetzt auch nur den Normal-Mode, nicht den Hard-Mode. Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt reinkommt. Weil ich weiß gar nicht mal, wie viel groß Anlass war beim Hard-Mode, außer dass vielleicht ein paar Gegner mehr waren. Was bei Shadow eigentlich, wo ich meinen würde, das macht bei Shadow die Sache eher einfacher. Okay, gibt's hier auch irgendwas zu sehen, oder? Ähm, what? Ich wollte schon sagen, ich dachte schon, ich komme nicht mehr raus. Okay, das ist dezent und cool. Alter. Okay, ich bin zumindest nicht tot, aber... Ich darf auch nicht absteigen. Obwohl hier Teile des Levels sind, mit dem ich arbeiten kann. Gut, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich hin musste. Ich glaube, wir starten gerade das Level nochmal neu, weil ich glaube, ich bin hier in dem Bereich, wo ich mit Sonic hin soll. Hier, man sollte... Genau, man sollte hier durch die... durch die Tore. Die haben wir in dem Weg gewiesen. Wie muss einem das Spiel dann hindern, die Zeit zu erhalten? Ja, aber was soll ich mit dem Startmund machen? Außer, dass sie halt Kills geben, anscheinend. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das Fahrzeughandling im Moment besser finde. Was? Spiel! Das kannst du nicht machen! Ähm. Warte. Man sieht leider halt auch schlecht, wo die Nächsten... die Nächsten sollen aufploppen. Ich kann gerne da herruhen. Wollte mal sagen, hier ist nämlich der Eingang. Aber ich glaube, du kannst direkt zu dem Eingang hinfahren, wenn du weißt, wo er ist. ... ... Ich beginne zu tun, jetzt gehen wir! Ich muss vorsichtig sein, um zu kommen in der Sandwaffe zu kommen. Warte, ich will erst die Gegner clearen. Ähm, ich wollte schon sagen. Hatte Omega im Original so viele Voice Lines? Ich muss vorsichtig sein, um zu kommen. Ähm, Kamera? Kamera, lässt du mich bitte? Ist die Tür jetzt offen oder nicht? Ja, ist sie. Okay, ich kann in einem Zug rüberfliegen. Sehr cool. Ich bin mal gespannt, wie in Silvers Version von diesem Level der... hier die Billardkugel am Ende gehandhabt wird, weil die war ja wirklich eine Katastrophe und bricht einfach alle Regeln des Spiels. Also auch wie Silvers Fähigkeiten funktionieren. Okay. Ist hier noch irgendwo ein Gegner oder warum geht die nicht auf? Nee, ich muss nur nah genug ran. Ich werbe halt aus Hause ein, so habe ich dann Anspruch auf das Geld, was eigentlich verdient wird. Ich finde, in so einem Spiel ist eine Werbepause schwierig. Nein! Als ob... Als ob ich nicht nahtlos... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das im Original ging, dass du nahtlos... ...vom Hover in diesen Angriff übergehen und dann wieder in Hover konntest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ging. Das war nicht meine Frage. Hast du... Dass dein Anspruch auf das Geld, was dadurch verdient wird? Nein! Nein! Würde ich mal 50-50 machen. Ähm, nein. Dezent nicht. Abgesehen davon, dass Centbeträge echt schwer zu teilen sind. Okay. 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 Wenn es zu machen. Okay. 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 Wow, stimmt, man stirbt ja nicht da drin. Okay, doch, wenn man zu lange da drin bleibt schon. Ich finde, das wäre ein gutes Beschäftigung, wenn die Leute halt die Werbeeinnahmen bekommen würden. Dann würde das ja auch öfters eingelöst werden. Es bringt halt nichts bei meiner Zuschauerzahl. Das bringt selbst bei hohen Zuschauerzahlen halt nichts im Vergleich zu sehen, was Abos einbringen. Da ist halt YouTube komplett anders. Aber irgendwie kann ich mit Omega nur die Kisten zerstören, die direkt vor mir sind. Das ist irgendwie total strange. Abgesehen davon müsste dann auch jede Person, mit der ich meine Einnahmen teile, dürfte doch erstmal ein Gewerbe einrichten. Muss dann jedes Jahr die Steuererklärung abgeben, wenn sie das nicht ohnehin schon tun müssen. Und das, wenn du es auf genug Leute aufteilt, hat auch für Betrag, selbst wenn es wesentlich mehr wäre, wäre es immer noch zu wenig, um den Aufwand wert zu sein. Das ist die paar Cent ja wohl wert, das musst du wissen. Au. Habe ich ihn gerade gewoneshottet? Nein! Verdammt! Gib mir die Ringe! Die Kisten zerstören gibt auch nochmal gut ein paar Punkte. Weiß was ich immer sage, wer den Cent nicht ehrt, ist Kommunist. Aber du ehrst den Cent, das heißt, du bist kein Kommunist. So. 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 Wir machen es jetzt total auf die Billow Variante im Geschützmodus, der übrigens auch neu ist. So. 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 Ich hätte so, wäre so getiltet, wenn das Spiel das jetzt gemacht hätte. Aber auch eine unsichtbare Wand. Wie blöd ist das denn, bitte? Dann mach doch eine normale Wand dahin. Ah, endlich. Sieben Minuten. Sieben Minuten im Level und wir dürfen endlich wieder Shadow spielen. Au. Das war jetzt aber auch blöd abzuschätzen. Bitte nicht verrecken. Okay, wir haben einen Ring. Sehr gut. Okay, das One-Up bringt uns nicht so viel. Ich hätte lieber Ringe. So, ich glaub, die eine Tür hier öffnet sich wirklich nur, wenn wir alle S-Ränge haben. Genau, die Tür geht nur auf, wenn wir alle S-Ränge haben. Weil da ist der Memory-Shard drin, der uns dann an den Inhibited-Mode gibt. Also wir müssen das Level gleich nochmal spielen. Also wir müssen das Level gleich nochmal spielen. Okay, das hätte man gut noch verketten können. Reicht das jetzt? Ich hab nicht so viele Ringe. Bitte reich mir für den S-Rang. Ich will das Level nicht dreimal spielen müssen. Okay, ja, reicht. Reicht. So, und jetzt brauchen wir noch die Extra-Stage. Boah, ich mach den Best-Off von dir, was du auf deinem Kanal hochläbst. Die Menge, das Geld ist, die in diesem Video-Einwohner für... ...wurde an eine wohltätige oder kommunistische Organisation gespendet. Ganz ehrlich, ich brauche im Moment sowieso Content, von daher... Nur, ich hab ja schon das Video von mir gemacht, von mir ohne Kontext. Also ich weiß nicht, ob da so viel für ein Best-Off noch übrig ist. Aber wenn ihr euch daran versuchen würdet, werde ich nicht aufhalten. Ja gut, die Bomben tun mir ja nicht weh, Rush. So, wo haben wir unsere... Wo haben wir die Schlüssel? Wo haben wir die Schlüssel? Wow. Das bringt ja voll viel mit der Bombe. Aber als ob wir noch kein... Nicht in der Nähe von einem einzigen Schlüssel waren. Ist doch nicht die Possibility. Ja, warum solltest du diese Bluttschirm kaputt machen wollen? Da ist kein Schlüssel drin. Ich meine, theoretisch kann da wahrscheinlich ein Schlüssel drin sein. Aber irgendwie sind die Spawns gerade nicht zu meinem Gunsten, habe ich das Gefühl. Das da sieht aus, als könnte da oben ein Schlüssel versteckt sein. Spiel, tu mir das doch nicht an. Das geht nicht. Mein Herz. Als ob hier nichts ist. Aber... Wow. Okay, sind sogar direkt zwei in der Ecke. Spiel. Das Level, das hier ist auch relativ... groß und ich finde es auch ein bisschen schwer zu überblicken mit der Kamera. Wahrscheinlich muss ich auch möglichst viele Gegner killen, damit ich überhaupt einen S-Rang kriegen kann. Was ich mit Ruhe's Move-Set, ehrlich gesagt, nicht so cool finde. Okay. Sind hier, als wenn ihr wenigstens Ringe... Okay, wenigstens mal fünf Ringe, aber... Dinge helfen wenigstens noch in der Schlussbewertung, aber... Spiel! 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 Au. Ringer, wo ist ein Ringer? Wieso sind die Schlüssel immer alle hier in der Ecke geknubbelt? Was ist denn hier los? Wieso sind die Schlüssel? Wieso? 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 Ich will einen Inhibited Maut zeigen. Ja, okay, ich überlasse es gerne dir, Rouge. Also ich glaube, man soll in den ersten reingleiten und dann einfach nur nochmal auf den Gegner springen. Das ist so mein Gefühl, wie man es machen soll. So, die stehen schön in der Mitte. Das heißt, die kann man mal killen. Die großen Boys geben auch gut Punkte. Hier ist irgendwo ein Ding in der Nähe. Boah, jetzt muss ich keinen Ruhst schlettern. Ha, als ob. Als ob. Gibst du mir jetzt bitte mal den einen? Das war jetzt so ein typischer Silber-Moment. Kriegst du den Ring und verlierst ihn direkt wieder. Okay. Okay, einer ist hier. Ich glaube, das hat man sogar im Intro gesehen. So, ich glaube, hier soll man nur die Ringe holen. Aber das hätte ich vielleicht besser am Schluss gemacht. Ich finde es halt sehr schwer, es hier zu erkennen, wo das Level endet. Also, wo hört Level auf und wo fängt Hintergrund an? Oh, das war nicht nötig. Ich sag dir, ich hätte die Dinger am Ende holen können. Warte. Roboter-Gemetzel, let's go! Wenn Ubisoft dir ein Placement für eine Milliarde Euro anbieten würde, würdest du es tun? Ja. Aber ganz ehrlich, abgesehen davon, dass es Ubisoft in seinem jetzigen Zustand wahrscheinlich bankrott machen würde. Beziehungsweise, wenn sie mir so viel Geld geben würden, könnte ich auch von ihnen dann die Siedlerrechte bekommen. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was sie von mir in diesem Placement haben wollen könnten. Wo ich nicht mit einer Milliarde dann gegensteuern könnte. Wo ich nicht mit einer Milliarde Euro anbieten würde. Äh, wo ist denn jetzt der dritte Schlüssel? Verdammt. Ja. Ah, wie beim letzten Mal. Ah, wie beim letzten Mal. Ich sag mal so, ich behaupte, es gibt so gut wie niemanden, der nicht in irgendeiner Weise käuflich wäre. Und bei einer Milliarde. Das ist ein Betrag, der ist so unvorstellbar für Otto Normal, Mensch. So, easy S-Rang. What did you think of my beautiful technique? So, Memory Shard Light. Let's go. So, jetzt möchte ich wissen, können wir den Teil am Anfang überspringen, indem wir einfach direkt... Ja, ich wollte schon sagen, da drüben ist das Ding. Ich glaube, das geht. Ich glaube, ich habe schon Speedrunner gesehen, die das machen. Beziehungsweise generell einfach Leute, die das Spiel schon kennen, die da machen das einfach. Oder haben die Glitch benutzt, hä? Weil die Tür geht nicht auf. Ne, die Tür geht nicht auf. Also, es kann sein, dass es einen Glitch gibt, mit dem das geht, aber... Ich halte nichts von dem Mythos, dass jeder Mensch käuflich sei. Ich sag mal so, es gibt... Ich würde schon behaupten, dass du... Das kommt mir nicht auch drauf an. Also, ein Placement mit Ubisofts. Also, kommt drauf an, worum geht's? Muss ich dann irgendeine transfeindliche Scheiße verbreiten? Oder soll ich mich einfach nur kurz vor die Kamera stellen und sagen, ja, das neue Siedler ist voll geil? So, geht jetzt bitte die Tür auf. Ja. Ich habe noch das Gefühl, man muss nicht alle von den Säulen treffen. Aber, wie meins ist, ich finde, man muss das auch noch mal ein bisschen erweitern. Weil, ich finde, es muss nicht zwingend um Geld gehen. Es kann auch immer etwas anderes gehen, was du willst. Und das heißt nicht, dass die Leute keine Grenzen haben können. Und also keine Dinge, die sie unter gar keinen Umständen tun würden. Ich glaube, ich habe... Auf Reddit war das irgendwie die Frage. Du kriegst eine Million. Dafür, dass du ein Porno drehst. Aber deine gesamte Familie erfährt davon. Und dann war halt die Frage, ob man es machen würde. Jetzt geht es lieber... Ich bin ein Flyer. So, Moment, da drüben ist der Schalter. Mal gucken, ob wir Omegas Bereich hier ein bisschen speedrunnen können. Aber diesmal müssen wir es auch nicht first try schaffen, weil jetzt ist uns ja egal, ob wir S rankriegen oder nicht. Wenn man trans-meiniges Zeug machen muss, muss man maximal 100 Leute sehen. Ja, das meine ich halt. Also ich wüsste nicht, was man von mir verlangen könnte, was ich tue. Ich meine, so wie ich jetzt bin. Ich bin kein Mensch in einer Position mit besonderer Macht. Ich habe keinen Zugang zu Nuklearwaffen oder sowas. Also ich wüsste nicht, was man von mir verlangen könnte. Was ich nicht irgendwie ausgleichen könnte, wenn ich eine Milliarde zur Verfügung hätte, mit der ich machen kann, was ich möchte. Ich meine, man kann sagen, man hat dann vielleicht eine Prinzipien geopfert. Auf der anderen Seite hat man vielleicht dadurch objektiv betrachtet, trotzdem am Ende mehr Gutes als Schlechtes bewirkt. Ich habe das gemacht. Da, das... Die Tür ist neu, die ist sonst nicht auf. Die haben wir vorhin gesehen. Oh nein. Bitte nicht. What? Was soll ich denn hier tun? Warum wird mir hier suggeriert, dass ich das mit dem Luftkissenfahrzeug machen soll? What? Was zur Hölle? Moment, geht das ohne? Oh nein. Geht das ohne? Ohne? Würdest du die Backroom... Was? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ich muss mir mal kurz auf die Sprünge helfen, weil ich gerade nicht ganz folge. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die Backrooms kennst du also auch nicht. Nein. Sollte ich das kennen? Ähm... Okay. Nee, das geht nicht ohne das Luftkissenfahrzeug, oder? SCP und die... Ähm... Sagt mir was? Ja... Aber da habe ich mich nicht groß mit beschäftigt. Ich habe nur letztens von diesem einen... Von diesem einen Gelee-Vieh gelesen, wo es sich alle freuen, wenn sie es berühren. Aber das ist, glaube ich, noch mit das harmloseste, was das... Weil das ist ja echt... Da ist ja echt ziemlich viel Horror mit dabei. Ich glaube, das Vieh ist noch mit das harmloseste, was das SCP-Universum-SCP-Foundation einfach gegeben hat. Aber nein, ich weiß leider nicht, was die Backrooms in dem Zusammenhang sind. So, ich trigger hier den Checkpoint, weil sonst bin ich nur am Laufen. Du redest von SCP-999, das ist definitiv eins der angenehmsten. Ja. Ist das... Eins von den wenigen Dingern, die nicht komplett cursed sind. Ähm, was? Ich verstehe gerade nicht, was ich hier mit dem Luftkissenfahrzeug machen soll. Ist das euer Scheißernst? Ist das euer Scheißernst? Als ob... Als ob, Leute. Ich will doch nur diesen Memory-Shard haben. Danach will ich dieses Level auch nie wieder sehen, weil das ist keins von den angenehmen. Also dafür haben die Omega-Sequenzen... Sind die viel zu lang. Ich glaube, dass ich nicht mehr umgekehrt bin, ist die Ruins. Aber dafür, dass du SCP Containment Breach wirst, das ist sonst noch nicht so lang. Ähm, ist das ein Horrorspiel? Ähm... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich glaube, es wird so eingestuft, aber das ist sehr subjektiv Ja gut, also hier Plague Tale Innocence hat ja auch Horror-Elemente Ich habe es noch nicht gespielt, aber nach dem, was ich gehört habe finden halt die Leute vor allem halt es ist halt vor allem halt schwierig für Leute, die Ratten eklig finden weil Ratten ja so ein wiederkehrendes Element in dem Spiel sind ich meine ja wenn du da Panik kriegst, klar, dann ist es für dich auf jeden Fall ein Horrorspiel, aber sonst soll es so mehr Atmosphäre sein hab ich das mal erzählt wie ich vom Glauben abgefallen bin als letztes Jahr Profi Playtime so in war und das einfach Kindergartenkinder bei mir schon kannten und ich dachte mir einfach nur, ist das euer Scheißernst vor allem, ich hab halt teilweise Kids gehabt, äh, später die haben halt dieses Hagiwagi-Flee einfach als Plüsstier mit in die Kita gebracht ich meine, die Kids hatten damit kein Problem, aber ich dachte mir nur so warum kaufe ich als Elternteil meinem Kind so etwas geht die Tür auf? Nein wo ist denn noch einer? Antwort ist nicht vieler als ich weiß, für die SCPS-Funktion ist es weniger muss ich eher etwas strategisch und so na gut ich glaube, das geht bei Five Nights at Freddy's bestimmt auch aber spielen werde ich es trotzdem unter keinen Umständen ich weiß noch, wie ich in der Oberstufe dann mir tatsächlich mal den Wikipedia-Artikel zu FNAF durchgelesen habe und ich bin, was das angeht, ja echt nicht, äh also das kriegt man nicht leicht hin aber ich hab's diese Beschreibungen allein haben es schon geschafft dass mir schlecht wurde dass dieses Hagiwagi war zum Teil auch viele YouTube Kids vertreten ja, ich ermute es mal, weil ich würde hoffen, dass dass diese Kids nicht normales YouTube unbeaufsichtigt konsumiert haben ich meine, wie gesagt, die Kids scheinen es jetzt nicht groß verstört zu haben also die haben glaube ich schon verstanden, dass man irgendwie Angst davor haben soll aber irgendwie auch nicht man muss dazu sagen, dass halt, äh dass wenn irgendwas halt erstmal argentina-freundlich klingt das kann sein deshalb überlässt man auch Jugendschutzeinstellungen nicht dem Algorithmus aber was ich meine das Ding ist es passiert halt oft genug für Kinder können halt Sachen die Erwachsene als gruselig einstufen würden halt voll okay sein aber umgekehrt halt Sachen wo Leute sagen, es ist total harmlos können ein Kind total verstören also von allein deshalb kannst du dein Kind halt auch nicht wirklich schützen, was das angeht also klar, es gibt Sachen da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, aber da gibt's, äh kenne ich auch genug Storys kenne ich auch genug Storys aber ich glaube aus auch es ist das ist die Wahrscheinlichkeit nicht sondern So, wahrscheinlich habe ich es mir nur gerade voll kompliziert gemacht und ich soll wahrscheinlich auf den Gegnern bouncen oder so. Deshalb funktioniert das nicht, wenn ich das vorher gecleatet habe. Wetten? Hä? Was soll ich hier tun? Was ist der Sinn? Ich will doch nur diesen scheiß Leverishard haben. Ich will an Inhibited Shadow demonstrieren. Ich hatte das in allen Spielen das ganze Zeit das Gefühl, verfolgt zu werden und Single gewinnen, die nicht da waren. Ja, ich finde, also deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass, äh, also mir ist, wie soll ich es definieren? Ich finde es wichtiger, dass ein, äh, ein Kind sich wohl damit fühlt. Äh, also wenn, wenn du mit deinem Kind einen Film guckst, äh, sollte sich das Kind wohl damit fühlen, dir zu sagen, dass es, äh, sich, äh, an einer Stelle oder vor einer bestimmten Sache, die gezeigt wird, rüchtet. Ohne das Gefühl haben zu müssen, äh, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt, äh, hier, ich darf das jetzt nicht zugeben, weil sonst darf ich den Film nicht zu Ende gucken, oder sowas. Ich sage generell einfach, wenn es um Probleme geht. Schade, es geht nicht. Wenn es um Probleme geht, also... Dass das Kindheit nicht das Gefühl hat, das könnte nach hinten losgehen. Ohnega-Stunnet, Let's move on. Warte, ich kann einen Sprung mit dem Ding machen. Ich hätte vielleicht mal auf die Erklärungen achten sollen. Okay, ich glaube, ich habe raus, was ich tun muss. Aber irgendwie... Nicht... Während... Also, während ich beschleunige, kann ich nicht springen? Kann das sein? Ich finde, man bekommt halt leider keinen... Ich finde, das ist ein bisschen das Problem an den Fahrzeugsequenzen. Also, mit dem Buggy in White Acropolis funktioniert das. Aber Kingdom Valley mit dem Aberding macht das, finde ich, nicht ganz so gut, dass du halt mal die Gelegenheit hast, das Fahrzeug in einer halbwegs sicheren Umgebung auszuprobieren und halt zu lernen, wie es sich steuert. Und das ist eigentlich schon wichtig, wenn du eine neue Spielmechanik einfügst. Weil, wenn du das nicht tust, kannst du halt auch nicht erwarten, dass der Spieler mit dieser Mechanik irgendwas Cooles macht. Alter, kann ich jetzt mal bitte... Hallo, ich möchte bitte aus dieser scheiß Sandwelle raus. Danke. Ich kriege das gerade echt nicht hin. Komm, hier drauf. So. Boom. Nicht in die Spikes, wenn es geht. So, und da kommen jetzt Ringe. Doch, das geht. Aber ich hab noch nicht raus, wie die Regeln funktionieren von dem Ding. Ganz ehrlich. Also, ich muss da nochmal extra drücken, damit er in der Luft beschleunigt, oder hovert er dann? Also, der Checkpoint ist halt auch maximal ungünstig gesetzt, weil, wie gesagt, wenn ich den anderen, das haben wir gerade gesehen, wenn ich den anderen da aktiviere, dann komme ich nicht mehr zurück. Okay, ich muss Geschwindigkeit. Geschwindigkeit aufnehmen. Okay, das Ding respawnt, das ist gut. So. Geschwindigkeit aufnehmen. So, und hier ist es wahrscheinlich wieder genauso. Also, so schwer ist das Segment doch nicht. Das kann doch nicht so kompliziert sein hier. Gibt es irgendwie einen Rückwärtsgang? Ähm. Ja. Hallo. So. RT und D-Pad ab. Und maximized Chaos Boost. Ja. Okay. Jetzt komme ich wieder zurück. So, dann suchen wir doch gleich mal ein Level, womit wir das austesten können. Aber zu den Backforms sind es vor einer Zeit ziemlich bekannt worden und wird etwas mit der SCP-Zeug vergleichbar. Die Merkungsgabe, wenn der Realität, wenn jemand aus der Realität rausglitscht. Okay. Let's charge ahead. Let's charge ahead. Boah, das war jetzt auch. Ein krasser Save. Oh, das ist das Problem. So, möglichst ein reines Shadow-Level, wo man gut kämpfen kann. Ich glaube, Crisis City? Oder eher... Nee, Flame Core. Flame Core hat ein paar Stellen, wo man viele geknallt. Die Kreuz'ergie ist aus Kontrollen. Ist das wegen der Chaos Emobs? Ich kann nicht weg, hier. Es sieht aus, dass ich die Räume benutze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, das wollte ich nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, jetzt ist es nicht so günstig, dass das halt ewig dauert, bis die Chaos Drives einen erreichen und dann auch zur Chaos Gage hinzugezählt werden. Ja, und jetzt bin ich hier gestern. Also, ich meine, es ist cool, dass es das gibt, weil es soll ja praktisch Shadow ohne seine Inhibitor-Ringe sein. Aber ich hoffe wirklich, dass noch die Option kommt, dass man stattdessen Super Shadow freischaltet. Okay, jetzt geht's. Ich bin echt gespannt, was sich Chaos X für Silver überlegt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich für Silver gar nichts überlegt. Und wenn es nur super, also entweder Super Silver oder halt wirklich auch irgendwas speziell für ihn. Ich bin echt nicht bewegt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich habe auch Pixelspace bei The Rain in Cairns gepfixelt. Das ist krass. Also dafür muss man erst beim ersten Mal pixeln können. Das Ding. Das Ding. Da. Hier. Und irgendwo muss noch einer sein. Ja, war so ein Schriftzug in der ersten Mal, da habe ich einfach das Ganze drauf gepackt. Ja gut, die Charaktere haben ja auch irgendwie eine gewisse Verbindung. Indirekt. Die Charaktere haben ja auch irgendwie eine gewisse Verbindung. Das Ding. Die Charaktere haben ja auch mega drauf gepackt. Die Charaktere haben ja auch eine gewisse Verbindung. Ich habe einfach nur den Sprite nachgezeichnet, ja gut. Alright, soviel dazu. Ich finde, an Inhibited Mode kann man, finde ich, nicht so gut demonstrieren wie Supersonic. Es ist cool, aber ich finde, Supershadow wäre irgendwie erstrebenswerter, so als God Mode. Anyway, ich danke fürs Erweitern und was Sonic PO6 angeht, heißt es jetzt wohl warten auf das Silver Release. Also ich will zwar auch ein Video noch machen dazu, aber das bringt halt wirklich erst, wenn das komplette Ding draußen ist. Also ich finde jetzt, nur die Demo bewerten wäre ein bisschen lame. Ich muss auch gucken, wie ich weitermache. Ich denke mal, bald geht Dark Souls 3 los. Aber das muss ich noch entscheiden. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann.